Amelie Stegmüller ist jetzt uns zugeschalten aus Berlin. Hallo. Hallo. Vielleicht zu Beginn, was haben Sie gedacht, als Sie zum ersten Mal gehört haben, dass Marian Schreier als OB-Kandidat in Stuttgart antritt? Also zum ersten Mal habe ich es gehört, als er es mir erzählt hat, dass er darüber nachdenkt. Und was habe ich mir gedacht? Ich habe mir gedacht, finde ich einen super nächsten Schritt. Macht auf jeden Fall Sinn, passt vom Anforderungsprofil und auf jeden Fall cool und mutig und beeindruckend. Vielleicht ganz kurz, Sie haben das Ganze sicher aus Berlin mitverfolgt, jetzt diesen Wahlkampf. Wie haben Sie Marian Schreier in diesem Wahlkampf aus Berlin erlebt? Gute Frage. Also persönlich habe ich gemerkt, dass der Kontakt nachgelassen hat. Also er war merklich mehr beschäftigt als vorher. Das auf jeden Fall. Ansonsten im Wahlkampf. Klar ist es immer interessant, wenn man die Dinge irgendwie über Dritte widergespiegelt bekommt. Ich habe häufig Zeitungsartikel gelesen oder Berichterstattung und habe mir gedacht, okay, warum hat er wohl da jetzt so gehandelt? Warum so? Und habe immer so ein bisschen mitgedacht, wie es ihm jetzt da wohl gerade geht. Insofern, also ich habe, ja, ich habe eigentlich gedacht, oh je, es ist einfach viel zu tun. Für mich wäre es nichts. Aber er hat das, finde ich, bis jetzt hervorragend gemacht. Und das ist definitiv das, was er sehr gut kann, Politik. Leidet man da auch so ein bisschen mit? Es gibt ja immer so Höhen und Tiefen auch in einem Wahlkampf. Ist man da so ein bisschen emotional dabei? Absolut. Also ich habe absolut mitgefiebert, die gerade letzte Woche auch mit gelitten, als es ja dazu so ein paar bisschen negativeren Vorfällen kamen, insbesondere mit dem Auto. Also das ist jetzt einfach auch sehr persönlich. Ich hatte insbesondere seit dem Angriff auf Henriette Rieker habe ich einfach immer Angst, dass irgendwas, dass irgendwas passiert und die Angst geht nicht weg. Dass wir im letzten Wahlkampf der Fall enthängen, das ist jetzt wieder das Gleiche. Meine Sorge, es ist immer groß, dass es den Leuten um mich rum geht, die ich gerne mag, dass es denen gut geht. In dem Fall natürlich genauso, genau. Also ich habe total mitgefiebert, definitiv. Ja, was ich schade fand, war, dass die Berichterstattung insbesondere so mit Blick auf Ego-Shooter, Karrierist und sowas in der Richtung ging, wo ich dachte, okay, das kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum man jemandem, der sein Potenzial entwickeln möchte, der Ambition hat, der offensichtlich was gut kann. Also ich weiß nicht, wer sich die Videos von Marian nicht angeschaut hat, wo er einfach beweist, wie viel er weiß über jedes Detail der Stadtpolitik. Also mir bleibt der Atem wirklich denken, wow, wer dann noch denkt, das kann nur irgendwie aus Egoismus passieren. Also ich bin sprachlos, man merkt es mir ja, das erschließt sich mir überhaupt nicht, weil ich denke, gut, da hat sich offenbar jemand wahnsinnig vorbereitet, ist engagiert, arbeitet darauf hin und möchte dann natürlich auch, dass die von ihm gut durchdachten, fachlich fundierten Inhalte angemessen vertreten werden. Was ist denn falsch daran? Also genau das sollte man sich doch wünschen für die Stadt. Ja, Frau Stegmann, Sie kennen Marian Schreier wohl auch mit am besten, kennen ihn sozusagen ganz persönlich ganz nah. Wie sehr trifft denn dieser Vorwurf dieses Ego-Shooters oder dieses Karrieristen überhaupt auf ihn zu? Aus meiner Sicht fast überhaupt nicht. Ich sage fast überhaupt nicht, weil Marian jemand ist, der definitiv bestimmt für eine sehr gute Karriere bestimmt ist, einfach weil er gute Anlagen hat. Ich finde jetzt Karrierist, das Wort ist halt schlimm, aber Karriere machen zu wollen, erfolgreich sein zu wollen und sein Potenzial zu entfalten, finde ich keine schlechte Sache und das wünsche ich ihm auch, dass er das kann. Ich bin zum Beispiel damals nach Berlin gegangen, um genau das zu machen. Ich wollte eine gute Karriere machen, finde ich eine gute Sache, gönne ich jedem. Bezüglich Egoismus kann ich es überhaupt nicht unterstützen. Mann ist einer der großzügigsten Menschen, die ich kenne. Ich erinnere mich auch nach unserer Trennung. Klar ist es irgendwie immer viel hin und her und wie organisiert man Dinge und er hätte wirklich jeden Grund gehabt, vielleicht irgendwie auch sauer auf mich zu sein, ich weiß es nicht, bin ja dann weggegangen aus Tengen und hat mich auch danach einfach weiter unterstützt. Also wirklich großzügig, großherzig, immer verständnisvoll. Ich sehe keinen Egoismus. Einfach nein. Jetzt haben Sie ja ihn auch in der Amtszeit in Tengen, glaube ich, von Beginn an, kann man das sagen, von Beginn an miterlebt, vom ersten Amtstag. Bis heute haben Sie ihn da teilweise intensiv ja auch begleitet. Wie hat er denn dieses politische Amt interpretiert? Also wie arbeitet er? Wie wichtig ist ihm die Arbeit? Wie sehr hängt er sich rein? Vielleicht können Sie ihn da nochmal ein bisschen beschreiben, weil Sie kennen ihn ja sehr gut. Ja, sehr gerne. Ich muss gerade ganz spontan daran denken, ich habe Marian letztes Jahr, glaube ich, ja letztes Jahr im Sommer in Tengen besucht. Und wir haben uns unterhalten, weil ich bin ja im Personalbereich auch tätig und da spielen gerade Führungsthemen eine große Rolle. Wie führt man Mitarbeiter? Wie führt man Unternehmen? Das, ich glaube, in vielen Wegen natürlich auch auf Städte oder Kommunalpolitik übertragbar ist. Und wir hatten so eine kleine Diskussion über Führung und Best Practices, wie man immer so schön sagt. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so verkopft. Mir bleibt dieser eine Satz im Gedächtnis, als er gesagt hat, Führung ist für ihn Dienstleistung. Er übernimmt nicht Führung oder er strebt nicht nach Führung, um dann mächtig zu sein oder so, keine Ahnung, sondern er sieht das für sich als Chance, das, was er gut kann, nämlich führen, steuern, Pläne nicht nur machen, sondern auch umsetzen. Das sieht er als Dienstleistung, die er erbringen möchte. Und das finde ich total bezeichnend für die Arbeit, die er auch in Tengen geleistet hat. Also er hat zum Beispiel ja diese Tengen irgendwie Stadtbild 2030 oder Leitbild 2030 wollte er angehen im Wahlkampf und hat dann tatsächlich auch immer so Leitbildtermine gemacht. Ich erinnere mich, das war dann immer dort in der Turnhalle und da sind dann samstags tatsächlich irgendwie tausende Bürger hingeströmt und konnten über die Zukunft der Stadt abstimmen. Und das hat er gemacht, weil ihm das wichtig ist, dass auch der WählerInnenwille irgendwie umgesetzt wird. Und davon gibt es unzählige Beispiele, wie er sich und seine Talente dafür einbringen möchte, einfach fürs Gemeinwille und für den Wunsch der BürgerInnen auch einzustehen. Er ist super kreativ, wenn es um Politik geht und das möchte ich deshalb hervorheben, weil ich das noch nie von irgendjemand anderem erlebt habe. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich bin in meinem Beruf irgendwie kreativ, ich habe irgendwie mein Klavier studiert, da ist so, ja, ja, ist kreativ, ne? Da rechnet man damit. Aber mein ist politisch kreativ. Der hat irgendwelche politischen Problemstellungen und dann überlegt er sich was und dann denkt man so, wow, also okay, kreative Lösung irgendwie. Wäre ich nicht drauf gekommen, wären viele nicht drauf gekommen. Also so eine, ja, so eine Kreativität und auch so innovative Ideen, das ist definitiv eine Stärke, die er hat. Was hat er noch für Stärken? Ein paar, die ich vorher schon gesagt habe, er ist wirklich, er ist echt irgendwie großherzig. Ich kann es nicht, das Wort ist so komisch, ich kann es aber nicht anders beschreiben. Also er ist ein emotional großzügiger Mensch, der viel vergibt, der viel Verständnis hat und das zeigt er nach außen oft nicht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine projizierte Härte, um nicht verletzlich dazustehen, die man, wenn man es nicht weiß, falsch verstehen kann. Aber er ist eigentlich wirklich ein verletzlicher, emotionaler, verständnisvoller, einfach auch lieber und lustiger Mensch. Und ich glaube gerade so, dass er diese Verletzlichkeit nicht so zeigen kann, ist wahrscheinlich das, was jetzt auch im Wahlkampf so ein bisschen manchmal dazu geführt hat, dass die öffentliche Wahrnehmung in so eine komische Richtung gekippt ist. Weil, klar, wenn man sowieso schon ein Mensch ist, der gerne der Professionalität und auch so ein bisschen Härte ausstrahlt, um sich zu schützen, und dann wird man auch noch angegriffen und dann macht man das noch mehr, dann ist das vielleicht dann nicht so toll fürs Verständnis, wie man eigentlich sich gerade fühlt. Gibt es auch Schwächen bei Marian Schreier oder ist er fehlerfrei? Er kann kein Schwäbisch, ich weiß nicht. Er kann manchmal bei Dingen, die ihm sehr wichtig sind, kompromisslos sein. Das wird ihm jetzt ja gerade auch vorgeworfen, so ein bisschen, dass er da so in diesen Gesprächen vielleicht auch eine klare Meinung, eine klare Sicht hat. Ja, definitiv. Und das ist einerseits eine Schwäche und eine Stärke. Ich würde es dann als Schwäche bezeichnen, wenn man irgendwie, weiß nicht, wenn man als Ehefrau versucht, irgendwas auszuhandeln und man kommt irgendwie nicht so richtig durch. Also das ist ein bisschen auch eine Verhandlungshärte. Und das kann einerseits eine Schwäche sein, je nachdem, wie man es selber vielleicht wahrnimmt. Andererseits natürlich auch eine große Stärke in der Politik. Und dann eben die Dinge, die ich gerade schon gesagt habe. So ein bisschen so ein Kompensationsmodus manchmal einfach, wenn es darum geht, zu zeigen, wie man sich wirklich fühlt. Und das würde ich schon auch als Schwäche bezeichnen. Nehmen Sie uns mal noch ein bisschen mit in die Vergangenheit. Ins Jahr 2007, da sind Sie ja auf das EBLU gewechselt und haben den Marian Schreidern kennengelernt. Er war eine Klasse drüber. Genau, genau. Und entsprechend, ja, wie war er da vielleicht auch so? Also haben Sie ihn da schon sofort irgendwie auch wahrgenommen? Ist er damals schon irgendwie ein bisschen aufgefallen? Oder hat sich das dann erst so über die Jahre entwickeln, die Bekanntschaft? Und vielleicht, wie war er damals auch einfach? Gute Frage. Das ist lange her. Wir sind irgendwie innerhalb, also wenn ich das jetzt wirklich alles so auspacke, ja. Wir haben uns im Oberstufenarbeitsraum immer wieder so gesehen und wir waren auch damals noch, darf man Markennamen sagen, auf SchülerVZ vernetzt und haben uns da geschrieben, also das ist wirklich lange her, und haben uns dann ein paar Mal getroffen, irgendwie in der Stadt, waren mal im Metropolkino, das da jetzt leider schließt, waren irgendwie, ja, was man halt so macht, irgendwie auf der Schlossstraße unterwegs. Und dann irgendwann war die berühmte Weihnachtsdisco am Ibelou, wer am Ibelou war, kennt die Weihnachtsdisco, und dann an dieser Weihnachtsdisco, da kam es dann zum ersten Kosten. Seitdem waren wir eigentlich dann durchgehend zusammen, bis wir es nicht mehr waren, fast zehn Jahre. Ansonsten habe ich ihn als relativ wild in Erinnerung. Also wir haben oft die Wochenenden, also Samstagabends war ich irgendwie mit meinen Freunden und er mit seinen Freunden, ich glaube, da ging es schon immer im Stuttgarter Westen hoch her. Wo waren dann die Locations, wo ist man da hingegangen? Die Locations, also irgendwie viel bei Freunden zu Hause, am Kreerwald, aber sonst dann auch irgendwie, ich glaube, so um die russische Kirche herum, hätte man die am Samstagabend bestimmt ab und zu mal angetroffen, in einer der irgendwie angrenzenden Lokalitäten. Genau, ja, irgendwie wild, wild würde ich sagen, aber trotzdem lieb. Ich weiß auch nicht, ob es dazu Gerüchte gibt oder so, aber ich übernehme volle Verantwortung für das Scheitern dieser Ehe. Ich bin kein Mensch der Kommunalpolitik, ich bin kein Mensch, der gerne auf dem Land wohnt. Ich gehe gerne in die Stadt und Marian ist leidenschaftlicher Kommunalpolitiker, das hat er jetzt, glaube ich, bewiesen. Und wir hatten einfach unterschiedliche Entwicklungshorizonte, die wir für uns verfolgen wollten und hatten auch eine Zeit lang überlegt, na gut, bleibt man zusammen und jeder macht halt irgendwie so seins und dann dachten wir schlussendlich, nee, ist irgendwie auch nichts Halbes und nichts Ganzes.